Hi, ich bin Marc Gerritsch, spiele auf dem linken Flügel und ich wechsle nie mehr in meinem lebenden Verein. Mein Name ist Julian, ich spiele als linker Verteidiger. Sie nennen mich Spinne. Casarotto, Regisseur, schnippelt den Ball jetzt an die Latze. Servus, mein Name ist Robin Singh, Position Innenverteidiger und ich klopfe das Ding jetzt rein. Servus, ich bin der Musti, ich bin der Torwart. Ich gehöre zu dieser Mannschaft. Mein Name ist Erzina, Innenverteidiger und bin immer für eine rote Karte gut. Ich bin der Patrick Neumann, ich bin Zehner. Ich treffe zwar nicht so oft das Tor, aber ich weiß, wo der Gerhard zu finden ist. Hallo, ich bin der Niko, offensives Mittelfeld, Vorderseite nie. Gude, ich bin der Moxler. No risk, no fun. In diesem Sinne, wo ist das Ding jetzt an die Latte? Geiles Ding, geiles Ding! Ich bin der Christopher Holz, spiele Stürmer und mache das Ding jetzt für den FC Nie. Servus, ich bin der Chris, Mittelfeldspieler vom FC Nie und FC Bayern wird deutscher Meister. 棒, sehr gut. Oh, oh, oh! that it's super fun, danke! Ihr tut's gut! Beideuuute! Woo! Spielvereinigung 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 Spielvereinigung